Der Narwal. Autoseltsam kennt sie. Besondere Merkmale trennen den Narwal von den übrigen Zahnwalen, dass man eine eigene Familie auf ihn begründet hat. Das Gebiss unterscheidet sich von dem allerübrigen Wale durch zwei mächtige, zwei bis drei Meter lange, verhältnismäßig aber schwache, von rechts nach links gewundene, innenhohle, waagerecht im Oberkiefer stehende Stoßzähne, von denen in der Regel einer, und zwar der rechtsseitige, verkümmert, und welche beim Weibchen nur ausnahmsweise zu einer beschränkten Entwicklung gelangen, kennzeichnet sich auch außerdem durch zwei kleine Vorderzähne und einen Backenzahn im Oberkiefer, welche jedoch nur bei jungen Tieren regelmäßig gefunden werden. Der Unterkiefer trägt niemals Zähne. Der walzige, vorn abgerundete Kopf nimmt etwa ein Siebentel der Gesamtlänge des langgestreckten, fast spindelförmigen Leibes ein. Die sehr kurze, breite und dicke, rechtsseitig etwas verkürzte Schnauze scheidet sich nicht von der flachen Stirne und fällt nach vorn hin fast senkrecht ab. Das Auge liegt tief an den Kopfseiten, wenig hoher als die Schnauzenspitze, das sehr kleine Ohr etwa 15 Zentimeter weiter nach hinten, das halbmondförmige Spritzloch auf der Stirnmitte zwischen den Augen. Eine Rückenfinne fehlt, wird aber durch eine Hautfalte angedeutet. Die Brustflossen sind etwa im ersten Fünftel des Leibes eingelenkt, kurz, eiförmig und formdicker als hinten. Die sehr große Schwanzfinne zerfällt, weil sie in der Mitte einen tiefen Einschnitt zeigt, in zwei große Lappen. Die Färbung der glänzenden und weichen, samtartigen Haut scheint, je nach Geschlecht und Alter, nicht unerheblichen Veränderungen unterworfen zu sein. Beim Männchen heben sich von der weißen oder gelblich-weißen Grundverbund zahlreiche, unregelmäßig gestaltete, meist längliche, aber verhältnismäßig große Dunen. Kopfe fast ineinander verfließen. Beim Weibchen sind die Flecken kleiner und dichter gestellt als beim Männchen. Junge Tiere endlich sehen noch dunkler aus als alte. Albertus Magnus erzählt von diesem Tier und bezeichnet es als einen Fisch, welcher ein Hörn an der Stirne trage, womit er Fische und gewisse Schiffe zu durchbohren vermöge, aber so faul sei, dass diejenigen, welche er angreife, leicht entfliehen könnten. Ein späterer, unbenannter Schriftsteller versichert, dass gedachtes Meer ungeheuer große Schiffe durchbohren, zerstören und dadurch viele Menschen zugrunde richten könne. Doch habe die Liebe des Schöpfers dieses Scheusal so langsam erschaffen, dass die Schiffer, wenn sie es sehen, Zeit hätten zu entfliehen. Rochefort gibt die erste gute Abbildung und zuerst die Erzählung, laut welcher unser Wall sein Hörn zum Kampfe gegen andere Wallfische gebrauchen, damit aber auch das Eis zertrümmern soll, weshalb man viele mit abgebrochenen Zähnen finde. Erst Fabricius bezweifelt, dass der Narwhalschollen und andere Fische, welche seine Nahrung bilden, mit dem Zahn ansteche und denselben dann in die Höhe richte, bis seine Beute allmählich gegen das Maul rutsche, sodass er sie endlich mit der Zunge einziehen könne. Scorsby endlich stimmt mit denen überein, welche den Stoßzahn als notwendiges Werkzeug zur Zertrümmerung des Eises ansehen. Wir unsererseits dürfen in diesem Zahn wohl nur eine Waffe sehen, wie sie das männliche Geschlecht so oft vor dem Weiblichen voraus hat, wüssten es uns sonst wenigstens nicht zu erklären, wie das jener Meinung nach entschieden benachteiligte, unbezahnte Weibchen sich helfen könnte, wenn die von den genannten Schriftstellern erdachten Notfälle eintreten sollten. In der Dejewisstraße, in der Bafinsbay, in der Prinzregenteneinfahrt, im Eismeere zwischen Grünland und Island, um Novaya-Semlya und weiter in den nordsibirischen Meeren ist er häufig. Südlich des Polarkreises kommt er selten vor, an den Küsten Großbritanniens strandeten, so vielmehr bekannt, in den letzten Jahrhunderten nur vier Nawalle. An den deutschen Küsten wurden nur im Jahre 1736, aber zweimal, solche beobachtet und erlegt. In seiner Heimat begegnet man ihm fast ausnahmslos in zahlreichen Herden. Denn er steht an Geselligkeit hinter keinem einzigen seiner Verwandten zurück. Gelegentlich seiner Wanderungen, sagt Braun, habe ich solche Herden gesehen, welche viele Viertausende zählten. Zahn an Zahn und Schwanzfinne an Schwanzfinne, so zogen sie nordwärts, einem Reiterregiment vergleichbar, anscheinend mit größter Regelmäßigkeit auf und nieder tauchend und in Wellenlinien ihre Straße verfolgend. Solche Herden werden nicht immer nur von einem und demselben Geschlechte gebildet, wie die Skorsby annahm, bestehen vielmehr aus Männchen und Weibchen, bunt durcheinander gemischt. Nackte Weichtiere und Fische bilden die Nahrung des auffallenden Geschöpfes. Skorsby fand in seinem Magen glatt Rochen, welche fast dreimal so breit waren als sein Maul, und wundert sich, wie es ihm möglich wird, mit dem zahnlosen Maul eine so große Beute festzuhalten und hinabzuwürgen, glaubt deshalb, dass der Narwal diesen Rochen vorher mit seinem Stoßzahn durchbohrt und erst nach seiner Tötung verschlungen habe. Der unhöfliche Seemann vergisst aber dabei wieder das arme Weibchen, welches doch auch leben will. Wahrscheinlich ist, dass der Narwal seine Nahrung im Schwimmen erhascht und durch den Druck seines Maules so zusammenpresst, dass er sie hinabwürgen kann, gefangene Seehunde wickeln die Schollen auch erst zusammen wie die Köchin einen Eierkuchen, bevor sie den breiten Bissen als mundgerecht betrachten. In früheren Zeiten wurden für die Stoßzähne ganz unglaubliche Summen bezahlt. Man hielt die Zähne für das Hören des Einhorns in der Bibel, und deshalb eben setzen die Engländer solchen Zahn dem fabelhaften Einhorn ihres Wappens auf. Kaiser und Könige, sagt Fitzinger, ließen sich oft mit dem zierlichsten Schnitzwerke versehene Stäbe daraus verfertigen, welche ihnen nachgetragen wurden, und die kostbaren Bischofsstäbe waren aus solchen Zähnen gefertigt. Je mehr man zu der Überzeugung kam, dass diese Zähne nicht vom Einhorn stammten, verloren sie ihre Wunderkräfte. Aber noch Ende des vorigen Jahrhunderts fehlten sie in Apotheken nicht, und manche Ärzte wussten ihre Unwissenheit noch immer durch Verordnung von gebranntem Nawallpulver darzulegen. Gegenwärtig betrügen die Holländer bloß noch Chinesen und Japaner mit den früher so gesuchten Stoffen.